ist die dicke jetzt drin oder nicht sagt das doch hier schon längst die tür zugemacht ja 999 ping ich bin es nicht ich zumindest Nein. Ich habe nur Brat vorne. Und jetzt habe ich eine Axt. Ich habe nur ein paar Böller gefunden. Ich habe nur ein Böller gefunden. Ich habe nur ein Böller gefunden. Gut, Autoschlüssel habe ich. Ich habe nur ein Böller gefunden. Ich habe nur ein Böller gefunden. Ich habe die Betriebe. Und welches Auto? Das gelbe. Wo ist das? Auf welche Insel? Oben rechts. Ja, oben rechts. Oben rechts. Danke, ich sehe es nicht. Ich habe keine Karte. Ja, ich komme mit dem Schlüssel. Ich habe einen Knallkörper und ein Taschenmesser. Und ich weiß nicht, wo ihr seid. Okay, Jase ist ja jemand her. Wo bist du denn, Schatz? Mann, so zwei Häuser, wo eine große, wo eine breitere Straße ist. Bist du nach rechts? Ich habe auch keinen Plan, wo ihr seid. Einverfugte Scheiße, Mann. Ah, da ist das Auto. Da, wie erst mal zum Auto hinkommen? Ist ja immer noch hinter dir her. Er hat sich teleportiert. Ja, das ist sein Auto. Hier. Ich komme. Ich steig ein. Nein. Man hat sich unter dem Schlüssel. Also Micha, was ist jetzt? Ah. Das ist sein Antizzer? Habt ihr an? Nein. Nein. Ach. Habt ihr an? Ja, du bist ein Witzkind, Alter. Ich bin tot. Was? Ach. Mach dir denn für Blödsinn. Fahr doch rein, hier jetzt mal weg. Der hat den nächste Morgen, hast ja gesehen. Äh. Wollt ihr den Schlüssel nehmen, Papa? Michael, du bist ein Auto? Ja. Der Schlüssel liegt am Auto. Woh, was ist nur warten, bis sich einer wegleht. wieso bist du auch tot oder was ja 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 wer fährt denn da weg hier miss atomic sie ist weg ja alles niki kam nicht ins auto richtig 10 minuten noch mich richtig das habe ich nicht gesagt ich habe gesagt nur noch zehn minuten ja ja Das war's für heute. Keine Ahnung, was Barracuda da macht. Dark MX-1 steht hier auch nur rum. 8 Minuten und 57 Sekunden. Aber er ist jetzt bei, äh, diesen Lil-Martin. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Also Lil-Martin ist tot, Barracuda da Damm sitzt in dem Schrank. Und Dark MX-1 rennt hier planlos durch die Gegend, so wie's aussieht. Ja. So, der ist bei dir. 7 Minuten und 25 Sekunden noch, Micha. Oh mein Gott! Ja, da, da, da. Nein! Ja, da, 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 da. Ja, da, 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 da. Ja, da, 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 da. Nein, stopp! Sag mal so, du hast als Überlebender null Chance, gar keine Chance, dass du als Überlebender hast. Wenn du kein Messer dabei hast, kannst du drei Sachen mitnehmen und entweder entscheidest dich, ob du eine Waffe in der Hand hältst oder Benzin könntest, dann hast du auch zwei Hände. Ja. Regulär, ja. Ja. Also, sag mal so ein bisschen realistisch sollte, hat man schon sein. Da ist ja mit der Predelemente mehr Chance. Ja. Vielen Dank. Das stimmt. Das stimmt. Umso länger Jason jagt, umso stärker wird er. Hä? Ja. Hm. Hm? Hm? Ja. 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 Aber eine Minute und 30 Sekunden kann verdammt lange sein. Das war's. Ja. 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 573 xp